Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Vielleicht, ich bin das Doppelte wert Okay, danke, dass du so ehrlich zu uns warst Hey, was zum Teufel? Ich hab euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit ner Begnadigung aus Nicht eben! Dieser Mixer! Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Hey, schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern Verdienen wir uns unser Kopfgeld Verdammt! Echt fantastisch! Oh, Schwanzlutscher! Oh nein! Ahnung, füllen und registrieren Ahnung, füllen und registrieren Ähmlicher Kopfgeldjäger! Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Deine Mutter? Hat's überlebt Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Wäre trotzdem nett Ein Beweis deiner Fürsorge Ihr Jungs seid Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür Geh zur Seite, Doc Ich mach das auf meine Art Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Ray, wir haben Probleme Ich mach jetzt den Wurfung Alles klar Bin gleich bei dir Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein Aber im Lager Gibt's noch jede Menge Farbenverdünner Babe, wir haben Probleme Ich brauch euch auf der Brücke Sofort! Achtung! Captain am Deck Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt Massenmordendes Stück Dreck Bucanon Bucanon bereit Schicken wir Ihnen eine Nachricht Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt Niemand? Feuer frei! Komm schon, Rel Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht! Sofort Stattd Dahins Der Ulysses aus! Haha, ich darf sie begreifen das mächtige Preisschreitchen der Konfrontation an! Oh Gott, wer habt ihr nicht drauf? Dann schreit mir doch, wenn du drauf hast, der Rallo! Oh, was das? Verdammte Scheiße! Alle Schiffssysteme in gerietischer Zustand. Alle Schiffssysteme in gerietischer Zustand. Ishi. Okay, in Ordnung. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren. General, ich nehm dich und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wurm. Zehn Farben tief. Auf dem Weg zur Hölle. bis auf der Hölle inch. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen! Was machst du da? Was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novap war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute! Haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konfederationssanktionierte Attentäter! Es hieß die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja! Ich habe gelogen! Na und? Wen haben wir getötet? Novak! Er hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so ähnlich lebt, dass ihr ohne zu fragen euer jämmerlichen Madenleben opfern werdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören! Oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey Mann! Was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spekte und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaube nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Oh mein Gott! Hey, hey, hey! Alles okay! Okay! Wir werden dir nichts tun! Alles wird wieder gut! Ishi, bleib bei der Kleinen! Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donter! Schießt ihr Jungs überhaupt, kommt mir nicht sofort! So langsam wird's lustig! Komm schon, Gray, muss ich echt alles alleine machen? Ichi-Sato! Wo ich herkomme, bist du eine Legende. Dich zu töten, macht mich berühmt. Ishi! Lauf, Kleine! Lauf, Kleine! Lauf, 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 Lauf! Hey! Steh auf! Bring deinen Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Ich komm schon. Sieh auf! Ishi-Kratzer ab, Mann! Der ist total am Arsch! Hast du das gesehen? Fluchtkampf sind der Ulysses. Ich hab'n paar runterkommen sehen. Scheiß drauf, Mann! Nimm endlich den Kopf aus dem Arsch! Ich brauch' hier deine Hilfe! Sofort die Evapolierung der gesamten Besatzung. Mein Gott! Sofort die Evapolierung der gesamten Besatzung. Ishi! Ishi! Verdammt! Schluss damit! Schnell, bringt ihn auf die Krankenstation! Doch, ist er! Geht einfach! Geht einfach! Das Ding hängt nur noch an einem Faden! Das Ding hängt nur noch an einem Faden! Ich setze ein Schw chest. ell Cs. Sandy Rein, Das Ding hängt. Das Ding hängt nur an! Ich bin ready ! Di roszoption. Da. 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 Vielen Dank.